Erstmal vielen Dank für deine Frage. Ich habe in den Kommentaren ja auch schon geantwortet. Ich muss in dem Video sehr viel Gas geben, weil ich nur drei Minuten Zeit habe und mir einiges extra aufgeschrieben habe. Ich kann mir das nicht alles behalten. Deswegen muss ich ab und an auf den Zettel gucken. Dazu vorweg gesagt, mein Spezialthema ist ADHS von Unternehmertum bzw. ADHS von Selbstständigen bzw. ADHS für Spätdiagnostizierte. Aber ich fand die Frage sehr spannend, weil mich das ja auch betrifft. Ich musste ja auch in meinem Leben schon viel lernen. Ich habe auch mal Medizin studiert, habe da viele Lerntechniken gelernt und möchte dir auch gerne jetzt ein bisschen was davon mitgeben. Noch der Hinweis, ich würde mir auf jeden Fall mal die Methoden von der Vera Birkenbihl angucken. Die ist da tausendmal besser, die hat da mehr Expertise. Leider schon verstorben, aber es gibt sehr, sehr viele gute Videos auf YouTube, aber auch hier auf TikTok. Okay, als erstes müssen die Schüler oder die Leute, die du unterrichtest, musst du unterscheiden, was sollen sie lernen? Facts oder Konzepte? Weil dafür brauchst du unterschiedliche Lehrmethoden. Für Facts musst du dir spannende Sachen ausdenken, zum Beispiel mit Gedankenpalästen arbeiten oder mit Routen. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Zehn Punkte in einem Raum, in einem festgelegten Raum, die auszudenken und damit dann bildhaft Routenpunkte zu legen. Das ist eine Lerntechnik, eine Lernmethode. Während es bei Konzepten halt auch wichtig ist, das Konzept zu lernen, weniger die Fakten, sondern ein Verständnis zu lernen, um das dann wiederzugeben. Das kommt darauf an, da gibt es halt unterschiedliche Methoden. Grundsätzlich sollten die Schüler oder diejenigen, die ausgebildet werden oder gebildet werden, sich halt Zusammenfassungen schon mal angucken, um zu verstehen, okay, was ist denn das Endziel von der Lektion? Um zu schauen, okay, was soll ich in dieser Lektion lernen und welche Details brauche ich und welche Details brauche ich auch vielleicht nicht. Dann ist ein ganz großer Punkt für mich definitiv visuelles Lernen. Also ich bin, es gibt ja verschiedene Lerntypen, auditiv, visuell, das vielleicht auch kombinieren. Aber ich zum Beispiel, ich bin ein sehr, sehr visueller Typ. Das heißt, ich kann mir viele Sachen bildlich sehr gut vorstellen, auch teilweise Zahlen, ich sehe die Zahl, ja, oder wenn ich auch zähle, ja, mit den Händen, mit den Fingern. Also einfach versuchen, sich visuell das Absurd auch teilweise vorzustellen. Dann die Themen runterbrechen, ja, also gerade große, komplexe Themen auf viele kleine, einzelne Sachen, kleine Ziele herunterbrechen. Dann generell gibt es bei ADHS halt drei große Motivatoren. Das ist einmal Druck, also ich sage mal so, dieses Last-Minute-Bulimie-Lernen und so, ist vielleicht nicht ganz so geeignet zum Lernen, aber das ist halt so ein Thema, wo, was ein Motivator ist. Ein anderer Motivator ist Wettbewerb. Wettbewerb sollte aber auch erst stattfinden, wenn die Themen sitzen, ja. Und ein dritter großer Motivator ist Interesse. Und Interesse ist natürlich schwer zu wecken, wenn das Thema nicht so interessant ist, weil es halt zum Beispiel ein Pflichtfach ist. Und last but not least in den letzten paar Sekunden ist das Thema Gamification. Das heißt, versuch so viel wie möglich Spiele, Abwechslung, sowas reinzubringen und google einfach mal nach Gamification. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe auch schon wieder zuerst.